Gold Eagle Shadow 1 ist feuerbereit. Wir verlieren hier Zeit. Verstanden, Grace. Moment. May as well haben wir Bestätigung. Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Da kommt ein Heli. Das ist General Gorbrani. Er ist pünktlich. Das muss man ihm lassen. Jetzt drauf da. Finden wir heraus, was der mitten im Nirgendwo vorhat. Gurs, gebt euch, wenn das Ziel in Sicht ist. Er ist im Visier. Was siehst du? Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Gorbrani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Gorbrani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für Sie sein. Ich sehe General Gorbrani. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden. Freigabe. Kriegt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Pakete bereit zum sofortigen Abschluss. Bereit halten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. Zwei, eins, Schuss. Pakete ist unterwegs. Pakete auf Kurs Nord-Ost bei 065 Grad mit Mach 3. Höhe 500 Meter. Kurs überprüfen, Shadow 1. Kurs ist gut, Shadow 1. Das ist das richtige Fenster. Beibehalten. Check. Kommt scharf rein. Auf Einschlag vorbereiten. Zeit bis zum Ziel. Fünf Sekunden. Eliminierung in drei, zwei, eins. Verdammte Scheiße. Treffer. Ziel zerstört. Herr Rhein. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Sind wir im Krieg? Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gorbranis Stellvertreter. Hassan Ziani. Die Kutzbrigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbrani-Anschlag. Er plant etwas. Wir haben keinen Zugriff im Iran. Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur einen Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Oh, du Scheiße. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten drei Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Ghost und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt zwei Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo-Team, sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Eine Sache noch. Major Hassan ist Al-Katalas Rückgrat. Die würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Bravo-Team geht hier raus. Alpha-Team bleibt an Bord. Landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend. Nur im Notfall töten. Beeilung. Razor 1, Bravo-Einheiten abgebildet. Auf zur Sekundärliste. Achtung, Razor 1 ist erfasst. Stehen unter Beschuss. Beschuss. Täuschkörper. Scheiße, das war knapp. Zweite Rakete. Oh, fuck. Razor 1, schütten ab. Wir schütten ab. Alpha, Lagerbericht. Alpha, komm. Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten. Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger. Dann los. Zum Gebäude vorrücken. Zum Gebäude vorrücken. Tür aufbrechen. Durchsuchen. Erdgeschoss gesichert. Keine Spur von Hassan. Verschuldigung. Erster Schlöcke sichert. Roger. Kontakt. Gebäude 2. Die wissen, dass wir hier sind. Habein. An alle Bravos. Zu Gebäude 2 vorrücken. Bravo. Raketenfeuer auf Absturzstelle aus Gebäude 2. Erster Start. Alpha, wir nehmen uns Gebäude 2 vor. Durchhalten. 7-1 geht rein. 7-1 geht rein. 2-2 Gebäude jetzt. Kontrollier deine Ziele. Geh mit dem ersten Stock. 7-1 zurück vorrücken. Erster Start. Sie sind hier oben. Achit. Es ist kein Wart mit dem Murbenhorn. Ah, nicht getroffen. Erster Start. Ach Mist, da ist einer im Flur. Ghost, feindlicher Raketenwerfer ausgeschaltet. Da ist einer im Flur. Wurde verwendet werden. Die Nachbarnsitz, die General Bobranich hilfete. Wurde zur Tode veruntalken werden. Die Welt muss wissen. Nachdem die Wurde. Die Mörder müssen öffentlich hingerichtet werden, damit es alle sehen. Damit sie alle lernen, aufzuflüchten. Der Westen wird bezahlt für seine Schmerzen zu tunen. Auf zur Absturzstelle. Hab hier drin ein Video von Hassan. Alles in Ordnung? Ja, die Platte hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Ei, jetzt können wir die Absturzstelle sichern. Alle Bravos draußen sammeln. Ghost Soap, Alcatala hat heftiges Zeug. Soap, wir helfen den Verletzten an der Absturzstelle. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02 hier, Bravo 07, Gebäude 2 gesichert. Wir stoßen zu euch. Rechnet mit Kontakt. Alcatala erwartet uns. Verbündete! Gut euch zu sehen. In ihr fünf sind tot, einer verwundet. Ich hab nur meine Waffe und kaum Munition. Helft mir tragen. Keine Zeit, sie sind hier. Visier die Baumgrenze da an. Siehst du was? Abaktivität. Wenn ihr was seht, dann schießt. Schüsse! Wie viel sind das? Angriff! Schützen von der Mauer! Recht gehabt, Lieutenant! Reaktivität! Ach! 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 Hoch mit der Waffe! Abschuss bestätigt. Fein erledigt. Sie kommen näher! Von rechts! Angere ichhey! B�, unten! B kilogram. Hein! Weg mitberkir! Herr fora! Zinshi! Посro의oft! Seck erregelt! Flyn塑,iu. Ja! Steck! Was das für das erste Sie bewegen sich noch da draußen 76 brauche luftnahe Unterstützung auf die baumreihe wird erledigt In position männer das war es noch nicht 07 luftunterstützung in drei minuten verstanden 07 luftnahe unterstützung kommt das rauch an der baumreihe ich sehe nichts 07 luftunterstützung in drei minuten 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 zurück. Negativ. Wir halten die Position oder Rücken vor. Hassan ist noch da draußen. 7-6, funkt die Luftnahunterstützung an. Verstanden. Moment. 7, hier Kilo 0-1. Beschuss in einer Minute. Kilo 0-1 feuert auf alles vor unserer Position. Nahfeuer freigegeben. Roger. Scheiße, was jetzt? Lieutenant, gepanzerte Fahrzeuge nähern sich. Insgesamt hier. Spart Munition und lasst sie näher kommen. Da kommen sie. Zum Angriff bereit halten. Bereit machen. Netzie. Schade hat das Rücken. Zahle hat man sie gemacht. An alle Bravo. Kilo 0-1 kommt rein. Schadenbeuer. Luftunterstützung auf Station. Kilo 0-1. Das waren saubere Treppern. Was das? Das will ich doch hoffen. Alles sicher. Kilo 0-1. Keine Bewegung im Umfeld. Danke für die Hilfe. Verstanden. 7-6. Kilo 0-1. Gehen. Bereitschaft. 7-6. Schickt nen Vogel für Verwundeten-Evakuierung. Roger. Macht euch bereit. Hassan ist noch immer das Ziel. Ei. Holen wir uns den Wichser. Alpha, du kommst mit uns. Verstanden, Lieutenant. Los, Bewegung. Diese Wichser haben uns als Köder benutzt, oder? Die sind gut gerüstet und ausgebildet. Dank Hassan. Ei. Du hast wohl recht, Lieutenant. Ob Hassan noch hier ist? Der Absturz war ihre Chance. Mal sehen, ob sie sie genutzt haben. Die Flieger sind noch auf Position. Haltet sie in Reserve. Wir gehen rein. Roger. Sichtkontakt bei Gebäude 3. Das ist unser Ziel. Hassan könnte da drin sein. Mann am Boden. Scharfschütze auf dem Dach. Runter. So, schalte den Schützen aus. Alle anderen, unten bleiben, bis es sicher ist. Verluste? 7-5 am Boden. Wie zum Geier sehen die uns. Al-Katala hat nötig. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Scharfschütze tot. Mehr Scharfschützen auf dem Dach. Schalte sie aus. Nimm deinen Kopf runter. Hab noch einen. Guter Schuss. Gib uns Deckungsdruck. Rücken vor. Al-Katala macht Druck. Wenn Hassan nicht hier ist, was zur Hölle dann? Wir werden hier draußen aufgerieben. Ohne Luftunterstützung kommen wir hier nicht durch. 7-6. Auf das Gebäude. Feiern sofort. Groß. Wir wissen nicht, wer passend da drin ist. Wir haben keine Wahl. Schütt das Gebäude. 7-6. Aber zerstöre es nicht. Kilo 0-1. Vordere Beschützung das Gebäude vor uns an. Halt. Einstolzen lassen. 7-6. Verstanden. Wir fliegen los. Schnell zu dem Mauer. Bewegung. Freitag. Immer drauf. Gott sei Dank für Luftunterstützung. Die Sterne verfahren seine Karte in allen Strücken. Nähere Stücke zu uns auch. Das erleichtert die Suche. An alle Bravos. Vorrücken und das Gebäude sichern. Für uns, Ryan Sergeant. Finden wir Hassan. Tod oder lebendig. 7-1. Geh rein. Zurück! Oh, verdammt. Das war knapp. Alles klar? Nicht Hassan. Geh rein. Erdgeschoss. Geh ins Erdgeschoss. Ich bin hinter dir. Rümpf die Leichen. Wir müssen Hassan identifizieren. Sieht irgendwer Hassan? Negativ. Keine Spur von Hassan. Find Ellie. Nicht? Negativ. HRZ nicht in Sicht. Negativ. Hier ist nichts von Hassan zu sehen. Einer hat gestellt. Das ist nicht unser Mann. Rücke vor. Erdgeschoss. Unterwegs in den ersten Stock. Rücke vor zum ersten Stock. Schau mal auf, woher du schießt. Hassan ist überall. Habe dieariamente abgeht. Ich bin der mechanische teams. Und ich bin der Schw date. Nee ich bin der Anmeld im Haus. Bist du damit an und für dich? Das ist aus der깨. Feind abgehakt. Vorsicht, die schleichen hier überall rum. Abschuss bestätigt. Feind neutralisiert. Wer war hier? Das ist eine verdammte Kommandozentrale. Sieh dich um, Soap. Schau dich um und sieh, was du findest. Such nach Anzeichen von Hassan. Da, Hassans Uniform. Also war er hier. Haben ihn beim Sichern der Absturzstelle verloren. Soll das heißen, wir hätten nicht helfen sollen? Entscheidungen haben Folgen. An Halle Bravos, hier draußen tut sich was. Bin unterwegs. An Halle Bravos, draußen sammeln. Wenn Hassan weg ist, was zur Hölle beschützen sie dann noch? Verdammt gut. Gute Frage. Hierher, Soap. Was haben wir? Ein Lagerhaus. Rolltour ist offen. Hab drinnen, was gehört. Verstanden. Sichern wir es. Habe Kontakt! Was ist eine Lagerhaus. Da, Wauto, ausz Strom aufs! Da, eine Lagerhaus. Hör, das Auto.